Hallihallo ihr Lieben, ähm klitzekleine Info, wundert euch jetzt nicht über dieses Standbett hier, äh, für den fünften, sechsten und siebtenölften gibt es Folgen, keine Sorge, allerdings ohne In-Game-Sound. Ich hab's jetzt gerade eben erst gemerkt beim Aufnehmen, äh, nach der Aufnahme beim Rendern, natürlich wieder tausendmal zwischengespeichert. Tut mir leid an der Stelle für die, äh, jetzt entzogene, schöne Musik des Spiels, äh, tut mir leid, also, äh, genießt die Folgen, ist wird trotzdem witzig, beziehungsweise interessant, äh, unterhaltsam oder warum auch immer ihr das guckt, äh, äh, ich sollte schlafen gehen. Also, äh, viel Spaß, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier bei Arno 1602 in der Historischen, heute in der 80. Folge am 4.11.2020, sehr, sehr spät am Abend mittlerweile und deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Kamera raus, ich hab mir gerade keinen Bock jetzt alles hier wieder umzustellen. Ich switche auch sofort aus dem Pause-Screen rüber und möchte euch darüber informieren, dass der dicke alte Mann jetzt auch eine Community-Area hat, die findet ihr auf dem Hauptkanal, also auf der Kanal, auf der Hauptseite. Und da, wo früher Diskussionen stand, steht jetzt auch Community und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr könnt dann da jetzt auch an einer Abstimmung teilnehmen, die dieses Projekt hier betrifft. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das binnen einer Woche schaffen würdet, eure Stimme da abzugeben. Ich werde immer wieder mal reinschauen und wenn ich schon sehe, die Tendenz geht eher dazu, Entschuldigung, geht eher dazu, dass ich hier so schnell wie möglich versuchen soll, die Missionen zu beenden. Dann werde ich das noch schnell versuchen durchzurattern. Allerdings, habt ein bisschen Nachsicht mit mir, ihr kennt ja mein Talent für ungünstige Situationen und auch, dass ich vergesslich bin und chaotisch und die Missionen werden ja auch härter, jetzt über mehr und immer weiter. So, wir haben hier schon ein ziemlich gutes Gedönse geschafft. Es wird noch weiter aufgestiegen, wie ich gerade gesehen habe, habe ich das vergessen rauszunehmen? Ne, habe ich nicht, wir wollten das so lassen, dann gehen wir jetzt auf F7. Denn, schauen wir noch mal ein bisschen auf die Vorräte, die jetzt aber definitiv keine Problematik darstellen sollten. Ein bisschen mehr Werkzeug wäre jetzt auch sehr, sehr gut. Ich werde jetzt auch mal, frech wie ich bin, noch einen weiteren Werkzeugmacher platzieren. Also eine weitere Werkzeugschmiede meine ich natürlich. Wo haben wir denn ein schönes Fleckchen? Warum eigentlich nicht, ne? Zack. Wir haben nämlich so viel Eisen gerade auf Vorrat. Und wir können uns gerade locker das Eisenerz leisten. Das ist kein Thema. Denn ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier kurz noch umbauen, damit wir da schon mal safe sind für die Zukunft. Momentan wird sehr viel Tabak gekauft bei uns, aber es wird ja jetzt auch mit steigender Bevölkerung mehr Tabak benötigt. Und sobald wir das haben, fangen wir dann endlich an, alle Inseln zu besetzen, die wir besetzen müssen. Und dann gibt es natürlich hier noch einen Final Countdown mehr oder weniger bei dem Kollegen. Nee, Quatsch, der ist es nicht. Moment. Wo war denn hier? Der gelbe war das, ne? Ja, genau. Der hier. Der hat auch noch eine Tabakinsel. Und der hier nicht. Okay. Du kannst da bleiben, wo du bist. Du auch. Genau. Gut. Wissen wir alle Bescheid, ne? So. Eventuell. Kann es eventuell sein, dass ich noch eine andere Kakaoinsel dann für Kakao nutzen muss. Denn es geht wirklich rapide, langsam mit dem Kakao. Also deutlich merkbar langsamer als mit den Gewürzen. Und Gewürze ist eigentlich auch ein gutes Mittelchen, um schön Geld zu verdienen. Denn das brauchen die Kollegen hier, um überhaupt weiter aufzusteigen. Außerdem wollte ich mal bei ihm gucken. Der will auch Gold für 600. Ich und was? Äh, nicht Gold. Schmuck. Äh, Moment. Wollen wir mal hier. Verkaufen. Zack. Und dann hier Schmuck. Bis wohin geht's denn? Maximum 900 war das. Alles klar. Da bin ich gespannt, ob der hier auch den Back hat. Wie beim Endlos Spiel. Das habe ich nämlich beim lieben Denne und Eckhardt gesehen. Da ist es nämlich... Och, nö. Geh mal weg, Allah. Da ist es nämlich so, dass man, ähm, das zum Maximalpreis verkaufen kann und zu einem Humanpreis wieder einkaufen kann, sodass man so ungefähr 225, äh, äh, Gewinn drausschlägt aus Einkauf und Verkauf von Schmuck. Gold im Übrigen genauso. Wenn man da einziger Anbieter ist, dann ist es halt ein Monopol, dann kannst du halt auch den Maximalpreis verlangen. Warum es die KI dann nicht macht, verstehe ich wiederum nicht. So, wir lassen mal weiterlaufen. Äh. Ich bin nur gerade mal überlegen, während wir hier noch ein bisschen Werkzeug einsammeln. Ob wir uns sogar mal endlich den Piraten an sich schnappen. Sag mal, waren das nicht mal vier Schiffe? Ähm. Dein Ernst? Du bist ja einmal hin und zurück gefahren, oder was? Äh. Äh. Dein Ernst? Sehr fein. Achso. Moment. Zack. Dann. Wieder zurück mit euch. Äh. Und du. Dahin. Hat man jetzt hier nochmal. Das müsste für drei Ladungen gereicht haben, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nicht nur acht Leute? Ne, es müssen neun sein. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. Neun Leute. Für den da. Damit es mal deutlich weniger Schiffe unterwegs sind. Allerdings habe ich dann das Problem, dass die immer mich angreifen werden. Aber ich glaube, das sollten wir relativ gut schaffen. Ja, doch. Ich denke, das schaffen wir ganz gut. Machen wir, ne? Reparieren wir noch schnell das Schiff, sobald es hier angekommen ist. Dann können wir die Zeit auch mal effektiv nutzen. Bläubt der Westerbande? Ernsthaft? Aber was macht ihr denn hier, wenn ich mal fragen darf? Junge, junge, junge. Alles klar. Aber das Schöne ist, ich sehe gerade, mein Kontostand, der wächst und wächst und wächst. Ach, sattherrlich. So, du bist noch am Reparieren. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, wegen Werkzeuge und Ziegel. Och, wirklich? Jetzt schon. Musst du es sein. Tut hat Not. So, warte mal. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir auch Goldschmiede machen. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das jetzt erstmal so mit den Ressourcen. Wir sammeln trotzdem weiter erstmal wieder Ziegel. Ziegel und Werkzeuge. Ich bin sogar dafür, dass wir jetzt vor die Finanzen wieder stimmen. Mach mal so. Entschuldigung. Und dann machen wir das noch so. Und dann, damit es sich ganz so hässlich aussieht hier. Später kann da auch ein Denkmal hin. Jetzt habe ich noch kein einziges Denkmal hier in der Mission. Der Ziegel werden wir massig brauchen noch in Zukunft. Ich rutsche mal ein bisschen näher an den Tisch ran. Ach, herrlich. Verkaufsanlöse höher als Einkaufskosten. Ist das herrlich. So, pass mal auf hier. Zack. Ja, plopp, 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 plopp. Sehr schön. Äh, ich habe doch einen zu wenig. Ne. Haben sich nur überlagert. Hä? Kommt mal ran hier auf den Meter. So ist fein. Sehr gut. Dann kommst du auf die 1. Hier in 3 auf die 2. Und dann düsen wir mal los. Wir sammeln uns erstmal hier auf der Insel. Oder an der Insel. So. Die 1 darf auch gerne los. Ah, macht sie. Okay, macht es gut. Sie ist ja losgefahren. Die 1, sie ist ja unterwegs gewesen. Und dann würde ich sagen, da das ja auch eine Tabakinsel ist, sollte ich auch die Baustoffe mal raussuchen. Baustoffe. Moment, das ist eine Tabakinsel. Oh, Tatsache. Äh, das reicht so. Glaube ich. Schauen wir nochmal rein. Hier von 3. Hier von 4. Also. Maximum 10 werden wir brauchen. Oh, da reicht eine. Da reicht eine. Werkzeuggeschichte. Bitte gut. So, Baustoffe kommt mal auf die 3. Schicken wir auch schon mal hier hin. Finde ich immer sehr, sehr schön, dass wenn die voll sind mit Soldaten, dass die dann trotzdem genauso schnell sind. Und nicht wie bei den, ähm, Wagen. Wenn sie vor mit Wagen sind. So, die 1. Darf schon mal Vorfahren. Denn die soll erstmal diesen Turm hier triggern. Ähm. Männer. Ähm, hallo. Achso, ja. Und die 2 soll dann, sobald der Turm auf diese Schiffe getriggert ist, die Soldaten hier absetzen. Die wiederum sollen dann gleich noch mitfeuern. Damit dann umso schneller geht. Wir werden ein paar Verluste haben bei 3 Türmen. Das ist auch nicht vermeidbar. Aber wir werden den Piraten mal richtig jetzt alles heimzahlen, was er uns vorher angetan hat. Mach mal hier. Kannst schon mal losfahren. Ja. Keine, ähm, keine Kampfgeräusche. Genau, das kannst du gleich mitschießen. Ihr schießt auch. So. Äh, was ist da los? Wo sind meine Kampfgeräusche hin? Ähm, alles klar. Sie sind einfach mal nicht da. Keine Ahnung warum. Ähm, nee. Dich wollte ich nicht. Dich wollte ich. So. Männer. Ähm. Ist der blöde Baum hier im Weg, oder was? Wer lange? Kommt du mal hier ran? Ja, guck mal, na, schau. Hier, gelb und weiß gehen bei ihm einkaufen, oder was? Was willst du hier? Geh weg. Oh, verdammt. Nein. Das ist extremst irritierend, dass gerade der Game Sound weg ist. Ich weiß nicht, was da los ist, ne? Oh, so mein, was hat der für eine Reichweite? Oh. Machst du mal auf den hier? Machst du mal auf den? Ich werde gleich mal nach der Folge das Spiel einfach nochmal neu laden. Bestimmt geht's da wieder vernünftig. Oh, immer feste Druck da. Wir werden schon mal Baustoffe herholen. Oh, so heftig sind die Piratentürme jetzt aber auch nicht, muss ich einmal stehen, ne? So. Wunderbärchen. Dann kommt die immer hier hin. War ja einige meiner verloren, leider. Achso, die drei ist unterwegs? Nö, natürlich nicht. Doch, ist sie. Na? Verdammt. Jetzt habe ich drei Leute verloren? Heftig. Ähm. Warum? Jetzt geht's. Zack. Dann. Zack und zack. Komplett gar kein Sound, ist aber wirklich sehr irritierend. Alter Schwede. So, Tabakinsel ist safe. Du kommst wieder rauf hier. Dann gehst du da hin. So. Lass mal, ich probiere mal was. Ich mache mal hier speichern. Okay, der Sound ist da. Laden. Ich weiß. Was ist denn da los? Sag mal. Ich habe keinen Sound mehr. Nur noch die Musik und den Sprecher. Aber ansonsten ist es, äh, ja. Ich war da gut. Vielleicht haben wir nicht ständig überprüft eure Handelsrouten jetzt. Das wäre natürlich löblich. Was machst du hier von Kuddelmuddel? Nimm doch immer erst den 1-Log bevor du den anderen nimmst. So, Tabak sieht immer noch stabil aus. Gut. Dann F7. Das klappt mit 4 Leuten. Nicht immer zu 100%, aber es klappt. Äh, machen wir doch bloß 3. Nimmst du den raus? Dann hat der einen etwas längeren Weg. So. Dann geht's weiter. Tabak ist stabil. Das heißt, ich werde meinen Plan doch ein bisschen abändern. Wir machen jetzt erstmal hier eine Goldmine. Und einen Goldschmied. So. Zack. 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 Lass dir auch wunderbar rein, ne? Außerdem hat er sehr, sehr kurze Wege, wenn er Gold braucht. Könnten hier noch zwei weitere Minen theoretisch anschließen. Ob ich das will, ist die andere Frage. Dann bin ich auch so frech. Und gebe das hier in den Verkauf für den Maximalpreis. Kein Gold. Direkt gleich den Schmuck. So, du bist nicht angeschlagen. Du bist angeschlagen. Die anderen zwei Chaoten, wo sind die? Ah, die brauchen noch ein bisschen. Okay. Ah. So. Joach, wir geben hier trotzdem erstmal die weiße Fahne rein. Falls die Piraten nochmal kommen. Wir müssen eher noch Werkzeuge sammeln und sammeln und sammeln. Wie sieht es mit dem Eisen aus? Superb. Einkauf ist kein Thema mehr. Wie geht es dir eigentlich, mein Freund? Immer noch 200 Leute? Ich glaube, du kommst nicht mehr hoch, ne? Ähm. Oh. Ich glaube, der ist immer noch sauer. Ach, komm schon, Kumpel. Du willst doch nicht wirklich nochmal einen Krieg riskieren, oder? Der verkauft nur. Der ist nur noch am Verkaufen. Ich glaube, der hat ein bisschen finanzielle Probleme bekommen. Ein kleines bisschen. Ungefähr die Größe einer Insel. So groß ist ungefähr das Problem. So. Und dann bilden wir hier nochmal drei neue aus. Mit neuen Kanonieren kommen wir schon ziemlich weit, habe ich das Gefühl. Och, nö. Das ist jetzt unnötig und uncool. F7, weiter geht's. Ach, machen wir gleich F8. Wenn schon, denn schon, ne? So, Werkzeuge kommen nach und nach rein. Reparieren müssen wir aber auch nochmal. Ziegel sind langsam auch wieder da. So. Das ist schön. Da kommst du gleich mal hier rüber. Reparieren wir gleich auch dich. Genie. Ja. Das ist auch schön. Du wirst jetzt wieder zur 1. So, dann kommst du jetzt auch hier rüber. So. Zack. Und zack. Ach, ich glaube, hier machst du gleich mal so voll wie möglich. Wer wie wo was? Dein verdammter Ernst. Hast du hier gedacht, was? Da hat der doch wirklich ernsthaft geglaubt, ich lasse ihn das durchgehen? Ach, herrlich, fast 50 Tonnen wieder. Ist immer noch so hart irritierend gerade für mich, dass der Sound nicht da ist. Die Nahrung hättest du auch gerne nochmal mitnehmen können, aber gut, ist egal. Wir haben sowieso voll. Pass auf, dann reparieren wir dich erstmal. Ja, war schon richtig hier, so. Du danach auch. Du bist nicht repariert? So, schmuck. Wie sieht's aus? Ja, 5 Tonnen. Bin gespannt, ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Aber erstmal muss der freie Händler Bescheid wissen. Und ich glaube dann erst, wenn der freie Händler das erstmal bei mir eingekauft hat, dann kommen auch die anderen, oder? Oder was machst du hier? Was machst du? Was machst du? Ah, der geht da rüber. Trotzdem, wollte ich noch gucken tun. Nach Kakao und Tabakinseln. Sehr schön. Hier haben wir nochmal Kakao. Ah! So, dann fährst du schon mal dahin. Dann fährst du mal langsam an hier, die alle zu besetzen, nach und nach. Hast du ein Schwein, Kubertz? Du ein Schwein! Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es die gewesen wäre, wo ich jetzt nochmal schnell was draufsetzen möchte. Obwohl, doch, ich hätte mich gewundert, weil... Die ist natürlich besser, um da noch eine Siedlung draufzubauen, ne? Beziehungsweise, wie er es hier macht. Wie er es hier macht, nochmal auch die Stoffe heranzuholen. Der hat nämlich offensichtlich massive Stoffprobleme. Der alte Stoffi. So, alle repariert, alle repariert. Sehr gut. So, hier geht man wieder einparken hier. Guck mal hier, wieder 20 Werkzeug. Heute sieht ein bisschen mauer aus, aber das kommt noch. Das kommt noch. Haben wir schon was verkauft? Nö. Äh, eventuell kann es sein, dass ich das manuell verkaufen muss. Könnten auch mal... Können wir noch gar nicht. So schlecht. Brauchen wir nicht. Allerdings könnte das hier nicht schaden. Du bist aber fleißig. Willst du nicht noch ein bisschen Gold bei mir einkaufen? Ah, ne. Ich glaube, ich muss ihm das verkaufen. Also direkt jemanden hinschicken immer. Das Problem ist jetzt aber, aufgrund der Entfernungen, möchte ich da kein kleines Schiff nehmen, sondern dann lieber gleich ein großes Schiff. Dafür haben wir aber noch zu wenig Kaufleute. Da brauchen wir nämlich die große Werft. Und die wiederum kriegen wir, glaube ich, erst bei 500. Und hier bin ich. Ach, mache ich hier. Wer bin ich? Wo bin ich? Ah. Alles klar. Wir setzen jetzt Tabakplantagen vernünftig hin. Das sieht nämlich gerade ein bisschen sehr klapperig aus, was da passiert. Oh nein, ne? Ach gut. Geht doch alles. Zack, zack. Hab schon befürchtet, die Kirche wäre jetzt im Weg. So. Zack. Dann machst du hier noch ein bisschen und dann noch ein bisschen. Dann ziehst du das damit rüber. Und zwar bis dahin, denn da vorne passt auch wunderbar eine Tabakwarenverarbeitung rein. Das hier hinten gefällt mir schon die ganze Zeit nicht. Tja, also, dafür kann ich jetzt auch nicht so viel. Also, okay, ein bisschen, aber nicht viel. Kannst du halt so machen. Kommt der hier weg? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Nö. Sehr gut. Moment. 1, 2. So, dann hier und hier. Oh. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Ganze Not. Kriegen wir ja noch mehr. ran durch die Besiedlungen. Und ich bin mir da jetzt auch nicht zu schade, die von Piraten zu nehmen, da oben, die Insel. Für 2, 3 Produktionen. Wollte schon reichen. So. Jetzt habe ich natürlich wieder wunderbaren Mist gebaut, aber ist egal. Stört eigentlich doch nicht, wie ich hier gerade sehe. So. Dann machst du hier noch und da noch. Puh, dachte ich schon wieder ein Pirat. Zack, zack. So. So. Und dann würde hier noch einer und da noch einer reinpassen. Und. So, machen wir es auch schon ordentlich hier. Zack. Passen hier nämlich noch welche längst rein. Haben wir ja auch noch den Weg weg, den Ollen. Den alten. So. Das sollte dann deutlich weniger Probleme geben. Hm. Hier geht's. Gut, das reicht auch schon. Das hier war weder Tabak noch Kakao. Das hier ebenso. Hier bin so. Auch war ein Traum. Auch nicht verkehrt. Hier haben wir nochmal Tabak. Ah, komm schon. Zack. Wir würden auch nochmal locker zwei draufpassen. Easy. Könnten sogar drei, wenn nicht sogar vier Produktionen draufpassen. Er baut und baut und baut. Kann er gerne machen. Wenn er dann auch mal kaufen würde. Ich glaube, er kauft nicht direkt ein. Ja, nicht wirklich. Wir haben komplett null Verkaufskosten. Na dann. Ist ein bisschen doof. Schade. Dann gehen wir mit dem Preis ein bisschen runter. Machen wir mal. 800, ne? Probiert, was wir mit 800. Vielleicht ist er da gewählt. Ich weiß nicht. Ach nee, Moment. Wir hatten noch gesehen. Der weiß das eigentlich so gut wie Pleite, ne? In der letzten Folge. Äh. Vergebe? Vergebe braucht glaube ich noch gar nicht. Hier schon mal nicht. Und hier erst recht nicht. Muss ich euch etwa pushen? Mit Verkäufen? Moment. Warum hat der schon eine große Werft? Der kriegt kein Gewürz ran. Das ist sein Problem. Jedenfalls nicht ausreichend. Durch den roten, der vorher da war. Da verkaufe ich ihm zu wenig von. Hm. Ach, wirst du da was? Dann machen wir mal von den 125, die wir haben können, machen wir mal auf 75 runter. Jeweils. Ich denke, da kriegen wir schon mal einen guten Umlauf rein. Ja. Dann sollen sie sich darum kloppen. Das ist mir wurscht. Da könnte man noch theoretisch langsam aber sicher anfangen, bei den Inseln, wo sowieso eine Überproduktion vorhanden ist, direkt von der Insel runter zu verkaufen. Einfach nur, um die auch zu versorgen, damit sie dementsprechend aufsteigen und wenn sie aufgestiegen sind, dementsprechend auch Gold bei uns einkaufen oder Schmuck, nicht Gold. Ich glaube, das wird doch nichts hier. Muss doch runtergehen mit dem Preis. Na gut, wie war das? 675, ne? Okay, machen wir 675. Gucken wir mal. Vielleicht kommt er ja doch von selbst her oder der freie Händler nimmt es mit. Ansonsten gehe ich um einen Taler runter, damit die KI denkt, sie macht Gewinn. So, bist du da? Du bist da. Wunderbar. Ich muss noch näher ran. Jo. Könnte schon reichen für die ganze Insel. Ja, komm mal so. Damit ist sie besetzt. Die hatten wir schon abgecheckt. Gut, meine Freunde. Dann bist du der Nächste eigentlich. Warum will ich dafür sorgen, dass die aufsteigen? Bin ich doof? Natürlich bin ich doof. Der muss doch hier nach runter von seiner gelben Insel. Der durfte bleiben. Ja. Der durfte auch bleiben. Da darf er auch bleiben. Okay. Wir schicken die Baustoffe erstmal zurück. Und dann lassen wir nochmal aufsteigen hier. Zack. Viel Spaß beim Aufstieg. Ich meine, gut, ich könnte mich auch theoretisch darum kümmern, dass die hier noch zu Aristokraten werden, aber in der Community Area, wie bereits erwähnt, die Abstimmung, die da drin läuft, es waren zwar jetzt nur drei Stimmen, die nach nicht mal 20 Minuten, seitdem die Abstimmung drin ist, abgestimmt haben, aber die Tendenz war schon zu einem eindeutigen Teil in Richtung macht es so schnell wie möglich, wir wollen das nächste Projekt sehen. Es gibt übrigens auch noch die Option, da abzustürmen für Endlos-Spiel nach dieser Kampagne hier. Die Kampagne möchte ich unbedingt noch durchrocken. Wobei... Puh, ja, sollen sie Theater machen. Ähm. Und sollte es dann wirklich zu einem Endlos-Spiel kommen, könnt ihr natürlich noch entscheiden, Multiplayer oder Singleplayer. Also entweder haben die gerade massig Kakao eingekauft, oder? Wunderbar. Oder wir haben langsam wieder Kakao-Probleme. Dann bin ich doch schon eher gewählt, dass wir hier mal Kakao machen. Dann haben wir das ein bisschen sortierter. Achso, warte mal, wir haben jetzt 1000 Einwohner. Wie viele Kaufleute sind es? Noch nicht die 500. Das ist sehr, sehr schade. Aber egal. Ja, du bist fast da, dann hat man noch ein bisschen Holz ab. Und nehmen wir noch die letzten Ziegel mit, die noch da sind, bevor die gleich wieder verbaut werden. Hier haben wir auch noch Ziegel zur Not, das ist gut. Okay, dann fahr ich erstmal da hin. Kriegen wir das ein bisschen sortierter hin mit dem Kakao? Dass hier Kakao ist und dann hier Gewürze sind. Bist du da? Sehr schön. Dann laden wir hier ab und da ab und... Na, komm schon! Dann, da auch noch, dann müsste das doch eigentlich passen. Ah, schade, nicht ganz, ne? Meine, will ich jetzt darauf verzichten, dass ich hier vorne zwei nebeneinander bekomme? Will ich überhaupt die nebeneinander bauen? Eigentlich nicht, ne? Habe ich ja auch nicht gemacht. Nö, dann ziehe ich das... Ah, falsche Insel. Dann ziehe ich das lieber so durch, dass ich hier einen Weg lang hoch bekomme. Und hier unten nochmal Wege sind. Ja. Also, hauen wir hier einen größeren Kontor rein. Der hat natürlich auch gleich nochmal mehr Stauraum. So. Dann gehst du mal hier drum, das Zeug zu holen. Der nimmt nur 15 Tonnen mit. Ich werde wahnsinnig. Das ist viel zu wenig Kakao, ey. Viel zu wenig. Ja. Das ist schon heftig. So. Haben wir jetzt mal hier? Nö, aber nicht. Ah, komm, mach mal so. Hab schon, freier Händler. Fünf Taler gewinnt, wirst du doch wohl mitmachen, oder? Du nicht? Okay, dein Kumpel vielleicht ein Kollege? Oder der? Nicht dein Ernst, ne? Zack, 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 zack. Ah, keine Ziegel mehr, weil sie die alle zum Aufstieg brauchen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben drei Steinmetze. Das sollte den Weichen reichen. Ey, da haben wir wieder viel Kakao verkauft, ne? Bist du jetzt am Aufsteigen? Ja, jetzt hat er wieder Burger. Lol. Und Eisen erst möchte er haben. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. Da meckert mein Timer schon. Kann ja wohl nie wahr sein. Wir kommen wenigstens auf die Baumaterialien laden wir ab. Können wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall hier nochmal am ausreichen Kakao. So, dann lade ich das jetzt erstmal ab. Dann geben wir schon mal ein weiteres Schiff in Auftrag. Auch wenn es bloß ein kleines ist. So. Und dann schicken wir dich noch hierhin zum Werkzeug. Und dann klicken wir wieder hierhin. Und dann drücken wir auf die Pause. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet doch einfach morgen wieder rein. Ciao. Ciao.